Herzlich Willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem Lieben Thorsten. Das Ende des Mammuts-Projektes. Bitte schön. Tüte 17. Das sind Nummer vier Tüten. Aufspaß. Endgut. Perfekt. Schon wieder so komische Fragen. Wieder viel Kleinkrams. Zeigling. Yay. Ich fange schon mal mit dem komischen Vieh an, was immer das ist. Das sind die Monster, die in diesem Wurmbrenner sind und die fressen so ein bisschen an den Zett. Die Monster, die im Wurm sind. Ja. Das ist klar. Also die Leute, die Star Wars kennen, die wissen, was ich meine. Dann spricht der Fachmann, der keine Ahnung hat. Das ist halt nicht mein Lieblingsfeld, oder? Nein, aber du guckst es schon. Ich guck's. Sehr gerne. Ja. Ja. Sonst hätte ich mir das nicht gegeben. Das wäre auch so ein Ding. Ich kaufe das nur, weil Star Wars draufsteht. Ich mag es eigentlich gar nicht. Genau. Einfach nur... Darf ich bitte? Bitteschön. Danke. Sie dürfen. Danke. Sie dürfen. Das ist äußerst machbar. Ja. Ja. So, die letzten 138 Teile. Oder... Oh, ein paar mehr werden schon sein. Witzig auf jeden Fall so an. Du kannst ja zählen beim Outbound. Eins, zwei. Achtzehn, fufzehn. Fertisch. Ja, wir ziehen das jetzt durch. Es ist übrigens immer noch heiliger. Ja, richtig. Wenn wir so weitermachen, ist er gleich Abend. Dunkel wird es ja gleich schon wieder. Ja, ja. Nach über 20 Stunden... Darf das auch. Darf das auch. Also jetzt nicht am dritten Tag, aber also insgesamt. Der Aufbau. Ach so. Ich habe noch gar nicht reingezogen. Schwerer Fehler. Was geht da denn ab? Das war das denn? Ein Hund. Ach so. Ein Hund von der Nachbarin. Der geht immer so ab. Ich habe mich jetzt nur gewundert. Nein, nein. Das ist ein Rollschuss, oder? Die hat ein Hühnchen. Das ist okay. Oh, der ist süß. Der ist knurrisch. Knurrisch. So. Machen wir das Vieh auch schon fertig. Wie heißen die? Ja, die haben keinen Namen. Die haben keinen Namen. Die sind einfach nur da. Tada! So. Legt sich jetzt hier schlafen. Brrrr. 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 Der frisst das gute Schraube auf. Nom, nom, nom. Ist es fertig, oder was? Ja. Was verdankst du eigentlich? Dass du baust. Baue ich? Bist du kein Meisterbauer. Bist du ein Meisterbauer? Fragezeichen. Dann würden wir es ohne Plan machen. Das wird wahrscheinlich auch schneller gehen. Weil? Ja, weiter genau. Du musst nicht immer hingucken. Du weißt ja dann, wo die Sachen hinkommen. Ja, genau. Rein intuitive. Mhm. Umsonst, wie war Oster? Ah, der hat damals Oster schon das nächste Set. Ja, das kann durchaus vorkommen. Hast du noch was mit Morgens? Eine gute Frage, die man mal stellen kann. Hab ich doch. Lago de Mainsens, wenn noch einiges hat. Ja, gut. Aber das sind ja nur so kleine Sachen. Das sind wirklich nur noch kleine. Es sei denn, es kommt noch mal so ein Level. Aber du hast ja gesagt, Level-Facts und so. Gar nichts mehr. Schade eigentlich. Schade, ja. Sehr schade. Finden wir als Fangemeinde auch. Sehr schade. Aber da sind wir machtlos. Als kleiner und als kleines Völkchen. Weißt du was? Kurve. Wie Kurve? Kurve. Ja, Kurve. Geht's ein bisschen genauer. Fankurve. Hier diese. Da ist ja schon da drüber das, ne? Da diese. Kurve. Ja, du musst aber mal gucken, ich wühlen. Dann ist deine Hand nämlich im Weg. Meistens liegt das Teil genau da, wo deine Hand wühlt. Dann siehst du es nicht. Das ist eine Kunst, ja. Ja. Das ist eine Kunst. Das ist alles zu übersehen. Mann. Ich fand jetzt so nix, dass das Teil gehört. Ja, weil das da hingehört. Ja, das ist nicht. Doch, da ist nämlich noch eins, siehste. Wenn du zwei brauchst, kannst du dir direkt zwei nehmen. Aha. Okay. Siehst du nicht so. Ich merke das schon. Lange Stäbchen. Da ist ein gelbes. Ja, das gelbe brauch ich später. Brauchst du ein schwarzes, durchgehendes? Nein, ein graues. Das ist grau. Ein graues. Sowas hier. So mit, äh. Mit Penöpeln. Mit Penöpeln, genau. Richtig. Du sagst das. Das ist auch rund, ne? Ja. Mit Penöpeln. Mit Penöpeln, genau. Ja, siehste. Das hier. Ach so eins. So ist ja was ganz anderes. Ja, siehste. Ja, siehste. Weil ich das wusste, dass es noch alle ist. Ja, siehste. Brauchst du noch ne Kurve, vielleicht? Was? Ja, du brauchst es ja noch. Ja, hoffentlich. Dann ist es schon mal da. Schwarz. Nein. Nein. Aus. Aus. Seidste. Wer wird mir kein Stückchen noch? Jetzt sagst du die Scheiße so und ich hatte vorhin den Spaß. Ist doch keine Scheiße. Ja, die Steine, die so selten und so komisch sind, dass man jetzt noch gucken muss, was überhaupt gemeint ist. So was hier hab ich dann? Das hab ich auch nie gesehen. Warten. Ich leg es mal her. Nöch. Nöch. Ja doch, das kennen wir doch schon. Na klar. Hallo. Nein. Kennt man nöcht. 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 Unsere Zuschauer wissen das. Nöcht. Nöcht. Nöch. Da kommt noch so ein Ding. Nöch. 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 Toll! Ja, toll! Wahnsinn! Das wird doch zugemacht. Ja, so streckenweise, ne? Oh Mann! Dritte Warten! Ist schön. Ist mal was anderes. Ja, sonst, ja, was machen wir was anderes heute? Normalerweise hab ich das immer mit... Es passt so schön danach. Ja, passt, ja. Wow! Und der, der such ist wieder. Das ist in der Sache. Der boykottiert wird, seht ihr das? Nein, ich helfe dir nur beim Suchen. Ich sortiere die Steine. Daumen runter dafür. Boah! Der Millennium-Falke wird zum Transporter. Daumen runter dafür. Lego wird mich dafür lieben. Lego-Kreativität ist ja auch gut. Ja, Innovativität. Oh nein! Siehst du, jetzt ist es deiner wegen kaputt gegangen. Das hat Angst gekriegt. Das war schon gut. Lego ist nicht zum Spielen da, okay? Doch, ist es. Bitte, Kinder, spiel damit. Nicht zum Spielen. Ja, jetzt wird alles festgeklebt. Mit dem Crackeln. Genau. Woher sieht man denn, ob das brach ist? Oder... Das musst du wissen. Hier ist einer. Frag mich einfach. Woher siehst du das? Na, woran sehe ich? Zwei in einer anderen Tüte zum Beispiel. Das geht nicht. Das gibt's nicht, nein. Das ist Cheaten. Vielleicht gehen hier dran stecken. Den kann man ans Schiff stecken. Wo man möchte. Du bist dran. Oh, ich darf bauen. Ich werd bekloppt. Du bist schon ganz aus der Übung. Du hast zwei Seiten nicht gewonnen, oder? Genau. Das ist es. Zwei Seiten. Da, meins. Was ist denn das für ein Stein, der runter? Ja, ein Stein. Lass die Hände noch mal im Stich. Erstmal rätseln. Das ist vier, das ist vier, das ist drei. Das ist aber der falsche. Wie? Was ist vier, was ist drei? Ja, das ist ja richtig, ja. Das ist ja mal total irre gemacht. Hier kommt's ja gar nicht mehr klar. Ja, du nicht. Ja, vor allem, als hätten sie einen Schritt übersprungen. Wie kommt's denn? Haben sie ja nicht. Nee, die nicht. Aber ich, oder? Ja. Ich muss ja da gucken. Kommt das so? Nee, was ist das für ein Stein? Guck doch mal. Ja, hier, guck mal. Da drunter. Was ist das für ein Stein? Du gehst zweimal den. Deswegen brauchst du den nochmal. Ja, der kommt ja... Ach so meinst du das? Ja. Da. So meinst du das, oder was? Genau. Mann, da muss ja noch gesagt werden, dass ich ihn zweimal brauche. Warum ist das nur auf... Was, 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 was? Im Fenster guckt werden. Ich hab geguckt. Und es war alles falsch. Wenn man nicht ins Fenster guckt, ist man selbst schuld. Was für ein Fenster. Die muss man mal putzen, die Fenster. Dann sieht man das auch. Ja. Aber immer die andere schuld geben. Ja, ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich die Fenster nicht hätte verbrücken können. Das passt doch auch schon wieder nicht. So muss das. Ei, 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 ei. So. 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 Wo ist der zweite grüne da. Wo ist der Flügel? Wo sind die? Da ist das. Das ist was. So. Jetzt brauche ich nur noch das Teil, dann kann ich das dran bauen. Ne, das wird doch länger. Siehst du doch. Ich bin grad blind. Das kommt. Wird länger. Ja, ja, aber trotzdem muss ich gucken, wo es hinkommt. Wird länger. That's what she said. Nein. Diese Stange muss da, wo die roten sind. Ach, da drauf, meinst du? Ja. Du Leder. Deswegen sag ich ja, wird länger. Ja, ja. Das sieht man doch schon. Das ist auch ein 3er. Ja. Richtig machen. Na, sei bloß ruhig. Richtig machen, sagt er. Ja. So, hier schon mal die Kurve. Ja, siehst du. Ich sag ja, wir brauchen sie noch. Noch ein 3er. Mhm. Hast du schon? Nee. Ja. Bitte doch. Sieh mit den Augen, nicht mit den Händen. Habe ich doch. Das hat ja nicht die Ehe. Da, nimm. Habe ich sie nicht jetzt mit den Augen geguckt? Naja, weiß ich nicht. Habe ich. Gibt es Lego Bausteine, also Lego auch in Blindenschrift? Ja, das ist eine gute Frage. Was haben Blender denn davon, die Blenden aufzubauen? Weißt du, was ich meine? Die Blenden können auch schreiben. So ist ja nicht. Könnte genauso einfach. Aber sie sehen das halt nicht. Ja, na. Die sehen es mit den Händen. Ja, aber... Oh, das klingt nach Diskriminierung. Daumen runter dafür. Ich seh schon, das Video hat keinen positiven Daumen. Alles nur negative, beleidigende Kommentare. Ja, aber, 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 ihr Schweine! Stell dir doch mal vor, wirklich, du bist blind und hast so einen Zeitraum. Kannst das nie richtig ansehen. Tja. Nur fühlen, wenn du das schon sagst. Das ist so traurig. Natürlich ist das traurig. Das ist richtig. Ja, süß. Ich hab aber nicht gesagt, dass die Party machen. Nicht. Dann gehen wir die Wette ein. Wir bauen das blind. Ja, gerade dieses Set, das ist ja blind unmöglich. So, ist fertig. Ach, da ist schon wieder was draufstechen, siehst du. Ja, das kommt jetzt hier. Ja, guck, machst du die doch noch zu den Lücken. Dann sieht das nicht ganz so aus. Jetzt musst du es hier noch reinstecken. Ne. Wenn ich das Geräusch schon höre. Klipper. Dann ist voll was. Bitte nicht. Nein. Ich glaube, das ist das erste Set, wo mehr kaputt geht, als wie wir aufbauen. Ganz ehrlich. Ja, bei den anderen komm ich gar nicht mehr drin. Da kommst du nicht mehr drin. Prima. Also, alles abbauen oder was? Das ist hier drin. Das ist irgendwo da drin. Ich sag ja, wie in einer Maschine, wenn du eine Schraube verlierst. Das ist auch Game Over. Ah, jetzt ist es noch mehr. Hast du das gehört? Ich hab gar nichts. Ich bin taub auf dem Ohr. Ja, das gehört. Ja, sicher hab ich das gehört. Ja, sicher hab ich das gehört. Ich will es aber nicht gehört haben. Kannst du es sehen? Da. Guck. Bogenplatte. Oh nein. Ist das die Platte, ja? Ja. Die hat auch einen Narren an uns gefressen, die Platte. Aber. Aber, aber, aber. Dafür hab ich das Teil. Das ist schön, dass du immerhin schon mal was hast, was du eventuell noch mal brauchen kannst. Aber, oh nein. Das macht mich ganz wuschig. Kann das jetzt, ja. Ja. So, wieso fehlt mich jetzt hier ein großer Stein? Das ist uncool. Mäste. Ich weiß nicht mehr, ob ich das war. Lalalalalala. Ja, such mal. Das findest du bestimmt noch. Uff. Ach, was hast du denn? Ach, der ist ja auch nicht gerade selten, ne? Wobei, so oft hatten wir leider auch hier gar nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wo er war. Ja. Bestimmt unten oder wo. Ne, oben, obendrauf war der. Ja. Ja. Steck ihn irgendwo rein, das fällt mir nicht aus. Du auch, mir fällt das auf. Tobias reißt alles ab. Großartig. Keine Ahnung. Na, er hat keine Ahnung. Wo bist du? Hier vorne. Äh. Vielleicht auch so Atem. Was machst du gerade? Äh. Äh. Darf ich dazu kommen? Äh. Ich will meinen Magen. Genau. So. Lass mich das mal in Ruhe bauen. Dann fett ich jetzt. Schnell fertig. Ja. Ja, Spaß beim Lego-Magen. Muss man haben. Nein. Oh Mann. Verzeihung. Kann passieren. Schluck auf. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja, genau. Ja, genau. Dieses Set ist verflucht. Genau. Da stimmt was nicht mit. Och verdammt, habe ich jeden Stein falsch gesetzt. Die anderen noch mal raus. Alle? Ja. Bis auf den einen, ja. Den kann ich überspringen. Ist das der Richtige? Ja. Ja. Hm. Hm. Was läuft? Ach guck mal. Hier ist auch so eins. Vielleicht ist das gar nicht da irgendwo abgefallen. Riecht dir das mal auch nicht rein. Ich glaube das mal. Und jetzt habe ich ja. Ja. Kann das sein? Kann sein. Ich erinnere mich nicht, dass das irgendwo oben drauf war. Nein. Erinnere mich. Oh Freunde, Freunde, wenn wir hier fertig sind, ey. Dann machen wir drei Kreuze, ja. Hm. Da ist er noch. Hm. Ich nehme mir das mal, ja. Schwarzer Einer, Schwarzer Einer, Schwarzer Einer, Schwarzer Einer, Schwarzer Einer. Ja, wo ist er denn? Mit Loch. Ja, so einen hatte ich gerade auch. Ich hoffe, das war auch der. Ja doch, ich brauch den Schwarzer. Nee, brauchte ich nicht. Ich glaube, ich habe den falschen. Du brauchst einen grauen, ne? Ich brauch einen grauen. Du brauchst den Schwarzen. Ah, wir haben uns gegenseitig verarscht. Cool, cool, cool. Hallo? Hallo? Hm. Ich habe alles richtig gemacht. Ja, nimmst du mal den falschen weg. Kann wohl, dass ich den nicht gefunden habe. War von Anfang an zum Scheitern verholt. Ja, aber, aber, aber. Aber was dann? Wenn ich keine schwarzen habe, kann ich auch keinen schwarzen wegnehmen. Ja, was? Und wenn ich keinen grauen habe, kann ich keinen grauen nehmen. Genau. Also. Den letzten beißen die Huhn noch. Oder wie war das? Gleich, 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 gleich bin ich da. Gleich bin ich fertig. Hurra. Gleich bin ich noch fertig, ja. Gleich haben wir gesagt, fertig. Das kommt... Fuck. Oder? Nee. Hä? Was? Hä? Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Das stimmt. Da ist Thorsten da. Du hast was vergessen. Mhm. Miau. Was? Was ist das denn? Lass das bitte liegen. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Schritt übersprungen. Nee, ich habe was schlimmer. Warte mal. Sekunde. Da fehlen zwei flache und... Ja, ja. Das ist alles ganz cool. Isi pisi. Ich habe nur falsche Steine gesehen. Das ist... Ich sehe falsche Steine. Der kommt oben drauf. Genau. Ich bin schon am zweiten Favoriten. Hopp. Mach. So, bitteschön. Jetzt sehen wir mal kurz rum. Das sieht jetzt wirklich aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht aber nur danach aus. Uiuiui. Ach doch, wir sind gut in der Zeit. Ja, wir sind noch verabredet heute zum Heiligabend, wo ihr schon wieder 2019 feiert. Oh je. Ja, so krass ist das jetzt auch nicht. Ob Merkel noch Kanzlerin ist, wenn wir jetzt passen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ja, das sieht ja nicht gut aus. Aber... Ja. Ja. Jetzt will Westerbill... Nicht Westerbill, sei es schon... Jetzt will der Lindner nicht mehr, solange Merkel noch Kanzlerin ist. Ja, der Lindner hat es ja auch eh nicht alle. Der hat alle zwei Euro neu. Richtig. Wir sind die Partei des Mittelstandes. Ja, sagen sie alle. Da gab es einen uralten Song von... War es Udo Jürgens? Aber Jürgens? Thorsten. Was? Das sieht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Warum denn nicht? Was passt der denn nicht? Das hier. Das ist auch die Rückseite. Hey. Da, da ist er noch. Ja, aber der ist... Der Rest hast du außen dran gehangen. Ja, aber der ist andersrum. Oder nicht? Nein. Die Haken gucken in die andere Richtung. Die Haken gucken nach außen. Und der Stein ist dahinter irgendwo. Der Stein ist hier. Oder dieser eine. Ja, ja. Ist doch richtig. Ist doch richtig so. Ich finde das so rum besser. Ja, das machst du andersrum. Wer weiß, wofür es gut ist. Wir bauen uns das jetzt wie wir es meinen. Nein. Warum finde ich es schöner? Nein, so rum ist es richtig. Ja, ist doch okay. Dann habe ich es falsch gemacht. Der 3-Millionstel-Milliardstel-Fehler. Ich sehe das falsch. Wo ist der hin? Gordon! Verstehe ich das nicht, weil... Das ist vorne, so. Aber ich sehe halt diesen Stein hier nicht mehr. Diese hast du, ich sehe... Hä? Ach so. Weißt du, was ich meine? Das muss... Ja. Ja, das ist sehr... Das ist sehr strange. Also, da muss zwei Braune hin. Und der ist da. Irgendwo. Ich glaube, das, was ich drauf gesetzt habe, muss nach vorne. Weißt du, was ich meine? Wie? Das muss nach hinten. Das? Nein, guck doch. Ich weiß gar nicht mehr, worauf wir bauen. Nein, nicht weiter mit. Und das irritiert jetzt völlig. Zumindest mich. Puh. Ich mach das mal her. Warum war der drauf? Der war da rum, so drauf. So. Ja, das war richtig so. Ja, jetzt. Jetzt ist es richtig. Weil jetzt hast du auch diese... diese braune Ecke. Ja, ja, ja. Das war vorher nicht. Nur das ist jetzt falsch rum. Du hast die dunkle Seite hier und die helle auf der anderen Seite. Du musst genau anders rum. Und die Haken müssen nach außen. Genau. Ja, aber... Dann setzt es doch einmal nach hinten. Dann ist es doch einmal genau falsch rum. Ach, Thorsten. Dann setzt es doch nach hinten so. Ne, das passt auch nicht. Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß nur nicht, wie man es jetzt auf Schnelle korrigieren kann. Gar nicht. Ja, muss ja. Hier, da muss der Fehler passiert sein, hier. Ja, genau da. Ja, dann brauchen wir nicht wieder alles dran, wenn es verkehrt ist. Das nutzt ja nichts. Weil hier sind ja keine zwei braune, sondern der graue ist genau hier. Ne, du musst das ganze drehen. Du darfst nicht einfach Steine verdauen. Doch. Warum musst du ja? Ja, 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 ja. Dann setzt das nach hinten. Nach hinten. Ne, nicht nach hinten. Das Ding ist verkehrt rum. Zeig das noch einmal her, bitte. So, es ist aber richtig. Doch. Auch. Nein, das ist nicht richtig. Weil dann hast du diese? Nein, eben nicht. Alter, das muss nach hinten. Nein, nein, das ist korrekt. Nein, das kommt genau nach oben. Das ist schon richtig so. Aber das obere passt. Was denn jetzt? Gehst du einfach her? Dann lass mich das machen. So. Orientier dich an den Haken, die müssen wir nach hinten. Jetzt hast du es wieder falsch rum. Jetzt siehst du, du hast das helle links und das dunkle rechts und du hast es genau andersrum. Zufrieden? Ich bin nicht unzufrieden. So, jetzt aber. Jetzt schon. Ja, das sieht gut aus. Was immer jetzt falsch war. Ich schere sie gewollt. Immerhin. So. Bei den letzten Metern, weißt du? Ja, das kann ja auch nicht anders sein. Das muss auf den letzten Meter passieren. Brauch aber nicht. Ne, aber wenn, dann da. Der Reifenplatz auch zwei Kilometer vorne zählt. Toto? Weiß ich nicht. Hab kein Auto mehr. Ich auch nicht. Ich hab das nochmal so behaupten. Ich wüsste nicht, wofür ich ein Auto brauche. Mal davon abgesehen, wie ich es finanzieren soll. Das Kaufen ist nicht das Problem. Der Unterhalt ist das Problem. Ich weiß. Kaufen könnte ich mal. Das ist gar kein Thema. Mit ganz viel Glück sogar ein Neuwagen. Kommt auf die Marke an. Das gibt ja. So, da habt ihr die Küste schon für 5 bis 10.000 Euro. Oh, richtig. Das könnte ich sogar machen. Aber ich wüsste nicht, wofür. Ja, für mich ist es schon wichtig, weil ich ja ab und zu Konzerte versuchen möchte, die weiter außerhalb sind, wo man nicht so hinkommt. Ja, gerade mit Bus und Bahn irgendwie. Das ist schon. Ich meine, zu manchen Sachen irgendwie Wacken-technisch oder so, das geht ja. Weil das organisiert ist ohne Ende. Ohne Ende, ja. Aber wenn das so kleine Festivals mit 150 Mann sind, da ist das ja gar nicht. Dann kann ich dann schon verstehen, dass du sagst, nee, da muss ich dann ein Auto her. Aber wie gesagt, die Zugverbindung ist super. Das ist auch... Ja, zur Arbeit freut ich dir auch nicht. Wärst du überhaupt schneller mit dem Auto? Ja, aber... Ja? Wie gesagt, mit dem Auto sind nichts. Nein, mir auch nicht. Ich bin ganz froh, wenn ich die zwei Meter mal laufen kann. So, hast du schon dran gemacht? Nein. Das überlasse ich dir, sonst mache ich es falsch. So, das muss... Ja, ist ja. Ist ja. Irgendwie an der Seite ran. Ja, so irgendwie. Soll ich gucken? Dann kannst du weiter bauen. Du bist ja eh da hinten dran. Das war auch fast fertig. Habt die letzten... Also passend wird das jetzt. Ich glaube auch, dass das so richtig ist. Also setze ich es einfach mal so dran. Und da kommt dann der Düssel rein. Oh, entschuldige. Ich hätte das doch vorgewollt, Alter. Was für ein Auto würdest du dir denn holen wollen? Ja, weder den, den ich hatte. Der hat mir gefallen. Was kostet der einen neuen? Ja, ist das 15.000. Ach ja, wenn es mehr nicht ist. Aber brauche ich ja nicht, Nomi. Neuer Wagen reaktiert sich meines Erachtens eh nicht. Kommt drauf an. Ja, sobald du auf der Straße sitzt, ist das schon mal 1.000 Euro weniger wert. Oder 2.000. Das geht dann ruckzuck irgendwie. Oder wenn man es sich leisten kann. Also im Sinne von hier, Cash. Dann ist das vielleicht auch wieder was anderes. Dann ist es was anderes, ja. Also da kommst du ja in ein Auto. Wie möchten sie denn finanzieren? Äh, hier Kohle, nimm. Damit, das kennt ja kein Mensch. Das stimmt. Weil der Witz ist, durch die Finanzierung ist es manchmal sogar billiger. Mhm. Und das ist halt so viel merkwürdig. Ich weiß was. Okay. Das ist das. Achso, da fehlt noch was. Ähm, ja. Bitte warten. Ich muss viel warten heute. Noch so viele Teile und ich kann nichts machen. Ja, gedeutet es eine Tobend, Thorsten. Hab ich auch schon nochmal gedacht. Geht was? Kann man das essen? Und dann kriege ich wirklich ein bisschen mehr. Jaa, hab ich auch schon. Geht noch gleich rüber, weil wir fertig sind. Die war ja so, die war ja so. Wenn Tobias mal fertig wird. Guck mal, ich kriege immer Neuanfänge. Ist das nicht toll? Wirklich schon. Ich muss nie deine Fehler übernehmen, aber du meine. Das ist doch großartig. Super ist das. Super, voll geil. Ein bisschen mehr Freude bitte. Oh Happy Day. Oh yeah. Besser? Ausbaufähig. Aber für den Anfang, okay. Jetzt hole ich schon wieder so ein, ich glaub das nicht. Doch, glaub mal. Nehm ich jetzt den, das wird farblich passen. Hör auf. Ich verrat's auch gar nicht. Ich verrate es niemandem. Ach, da kommt noch ein Haken drunter. Siehst du? Gut, dass ich das vorher nicht gesehen hab. Ja. Da ist er. Da ist er. Fahre. 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 Finde ich gut, dass wir wirklich für alle aufgedeckt haben. Ja, komisch, da ist es aus. Ich mein, es wäre auch so gegangen, trotz alledem. Wäre es ein bisschen merkwürdig gewesen. Aber es ist ja Gott sei Dank aufgegangen. Ja. Wo war ich denn jetzt? Fuck. Abgelenkt. Ja, du hast mich abgelenkt. Da passt nichts mehr, oh la la, oh yeah yeah. Da passt nichts mehr. Gibt es noch die, die das an einem Stück machen? Haha. Wie würdest du das denn machen? Ja, einfach durchziehen. Nicht so luschig wie hier. Hahaha. Nicht so luschig. Irgendwann ist es auf die Konzentration, meine ich. Wir haben zwischendurch gegessen und geschlagen. Haben wir, ja stimmt. Das hatten wir streichen müssen. Dann hätten wir es geschafft. Das kommt irgendwo auf deinen Bruch. Na ja. Mach's aber richtig dieses Mal. Dann ist das nicht auf gleiche. Oh nein. Nein, das ist... Oh nein. Das muss es auch nicht. Siehst du hier so auszuheben? Ja, sehe ich aber. Das hier. Das kommt einfach da dran. Pfff. Ja, und das Dachklemmen. Nein, nicht dahin. Da an der Seite. Nein, nicht dahin. An der Seite. Ja, genau. Nein. Nein. Ja, nein. Ja, sowas. Aber auf die andere Seite. Guck so. Und dann... So. Ja, genau. Und dann runter. Und dann einfach so. Ging grad noch gut. Ging grad noch aus. Ich glaub mir fehlt ne Antenne. Hä? Ja, und das da. Und dann da... Antenne. Wo? Tja, fehlt die jetzt? Oder hab ich die hier liegen? Hör auf. Heute Nacht kannst du nicht schlafen. Wieder mal. Wieso wieder mal? Noch vom letzten Mal traumatisieren. Genau, sowieso. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Schon ergibt das ganze Sinn. Irgendwie. Irgendwie schon. Hauptsache es passt nachher auch. Das ist dann die nächste Frage. Das ist die größte Frage. Passt es oder passt es nicht? Dann gib mal her deine Kugel. Dann gib mal her deine Kugel. Ich war schon wieder an meiner Seite. Ja. So ist was. Nein. Doch. Nein, den brauch ich nicht. Doch, dann brauchst du das. Nein. Zumindest jetzt nicht. Gleich kann sein, aber nicht. Jetzt. Zweimal muss ich das bauen. Das ist eine merkwürdige Konstruktion. Immer. Ja. Alter. So. Und jetzt. Was? Ich brauch schon wieder zwei von den Lämpchen. Jetzt sind ganz viele da. Weißt du? Früher hast du keine einzigen. Jetzt sind es auch weniger Teile. Das ist doch logisch. Ja. Das ist doch logisch. Die einen bauen Rasierer. Wir bauen den Kleiner. Wir bauen den Kleiner. Wäsche. Das sieht doch gut aus. Ich weiß. Ja. Und die kommen jetzt. Und so kannst du jetzt. eins kommt hier ran. Eins kommt da ran. So. Cool. Einen Donut mit verrutschtem Loch. Der kommt. Der kommt. Wir gucken. So inzwischen. so. Oha. Guck mal. Da haben wir noch einen kleinen Gefitze auf deiner Seite. Ja. Bis jetzt. Ja. Halt dich ran. Ja. Schon dabei. Bist noch nicht fertig. Hallo. Schrei. Dein Magen beschwert sich nahe schon. Nicht schluss. Gibt ja gleich. Genau. Erste Arbeit ist unser Vergnügen. Tja. Dann war er denn noch da. Uiuiuiuiuiui. Hallo. Das kommt so rum. Also kommt hier. Das kommt so rum. Also kommt hier. Muss er dann so rum. Andersrum macht er. Oder doch so rum. Ne. So. Macht er gar nicht. Doch. Doch. Ich glaube sogar, dass das richtig ist. Ich mach es mal so rum. Das ist doch richtig so. Und so geht es dann auf. Ja logisch. Hm. Logisch. Logisch. Und hier nicht. So. Und zwei Pistolen. Zwei. 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 Ach Gott. Da sind noch so gar alle drauf. Ich hoffe sie passen drauf. So. Ach Kosche. Hast du die richtigen genommen? Ja. Gib dir nur die an. So. Da brauch ich so ein Päckchen. Da. So ein Päckchen. Hm. Wie kann das denn sein? Achso. Da kommt noch. Cool, dass ich das gesehen habe. gut aufgepasst. Tobi. Ja. Irgendwas stimmt hier dabei trotzdem. Weil? Ach doch. Da kommt noch ein Päckchen drauf. Siehst. Ich meine ja. Gut aufgepasst. Jaja. Aber da kann ich kein Päckchen. Weil da einer fehlt. Siehst. Wie? Da fehlt auch ein Stein. Das da. Da. Lass mich korrigieren. Ich sehe es gerade einmal. Wenn du es mir wieder weg nimmst, ist es gleich wieder weg. Wie weg. Also da kommen Orangen dahin und da kommt. Oh fuck. Okay. Orangen auch und? Den anderen habe ich schon. Wie könnte das passieren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlen die. Was ist meine Sache oder fast deine Sache? Das ist ja irgendwo wirklich egal. Nein. Ist nicht egal. Fehleranalyse. Weißt du ja. Jaja. Du willst ja nur Recht haben. Fehleranalyse. Das ist ja wichtig. Nein, nein. Das kann alles passieren. Gerade bei so komplizierten Dingern ja. Hm. Das sind die andere Schräge. Ne. Der Orangene fehlt da. Also der Orangene. Und diese Lampe. Da wäre ja spätestens aufgefallen, wenn wir die Tender übrig hatten. Ja. Da hätte ich wieder gefragt. Oh Gott, nein. Warum? 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 Ja, klar. Also nur weil das jetzt alles dekoriert wird, dann fällt es auch, dass die Lämpchen da sein müssen. Ja. Aber der Rest scheint zu stimmen. Schein. Der Schein kann drüben. So, und das sollte es sein. Bitte. Ich bin ja auch. Ich bin fleißig. So, das sieht schon mal aus. Hier sehen wir noch die Waffen hier. Ja, die liegen hier irgendwo. Ist das nur eine Waldstange? Ja. Hier ist einer. Warte, ob du die brauchst. Oder hast du es schon? Wer brauche ich noch mal? Da ist einer und hier ist einer. Oh, wieder in der Waffe. So rum und zwei Haken. Wo ist der Zahntag? Das ist aber richtig rein, oder? Was ist er eigentlich? Ja, ich bin mir nicht sicher, was diese Kuppel angeht. Ob die so rum wirklich richtig ist. Ja, ist er ja, aber... Strange. Tarsten. Ja, das sieht ja komisch aus. Ja, und? Da muss ja mal was komisch aussehen. Da haben wir mal was komisch aussehen. Okay. Auf geht's. Oh, da baue ich das Teil, was ich hier vorher in Ruhe geschossen habe. Du guckst schon wieder rein, oder? Guck nicht, weil ich baue weiter. Oha. Einfach so kannst du das Ding. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, genau. Muss ich mir überlegen. Okay. Die letzten Züge. Mhm. Wird auch Zeit. Es kommt die Zeit. Uh. Oha. Es braucht wieder. Hilft. Hilfen soll jetzt auch noch? Puh. Oh Gott, diese ganz exotischen Steinchen. Ähm. Es ruhe ich aber den Feinchen. Ähm. Nee, der brauche ich. So. Dann. Ein Stegchen. Ein Stegchen. Den brauche ich gleich. Hm. Wo ist dieses Stegchen? D? Nein. Da war aber doch so viel, warum? Ja, da ist es so. Und so ein Teller. Da. Ich bin schon wieder blind, ey. Ja. Aber was ist das abgegangen? Es auch. Dann kommen zwei... ...Ringelbaden. Ja. Hm. Ach, da ist das. Jetzt auch. Ach, da kommt auch noch einer drauf. Hm. Da ist es. Ganz schön wenig draußen, ne? Du. Du. Nein. Nein. Du. Nein. Du. Nein. Du. 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 Weil. Ich weiß nicht. Das, was du... Ja, das kommt ja schon dran. Wo hast du... Wo du... Hä? Also dieses hier. Da. Dieses hier. Ja. Mittig. Guckst du, wie es rein gehört und dann kannst du weitermachen. Ja. Da fehlen noch hier diese zwei. Ja. Die Nippel. Das war aber nicht mein Job. Oh. Fuck. Hm. Doch. Alter, waren die Pinne nicht mit bei. Ja. Ach so. Da kommen sie erst. Siehst du? Deswegen war das nicht mein Job. So. Wow. Ah ja. Und dann kannst du das da rein in das Gelbe wahrscheinlich, ne? Natürlich. Es passt. Ich glaub's nicht. Na, jetzt bin ich gespannt. Dann machen wir gleich. Naja, vom Wegen dran. Ähm, bitte. Warte mal, warte mal. Guck mal. Das ist... So. Und hier ist nix. Das wissen wir. Warte mal, Finger weg, bitte. Ja, da ist die Platte. Siehst man ja. Und dann das hier. Ah, das ist hier. Ich habe es falsch rum. Ach, habe ich es falsch rum reingesetzt wahrscheinlich gerade. Naja, wo ich den einen reingesetzt habe, ist es wahrscheinlich falsch rum. Korrigieren und einen neuen Fehler reinbauen. Oh nein. Wieso nippst du eigentlich alles auseinander? Ja, das wollte ich nicht. Das selben Teil kannst du gleich erst dran machen. Warum? Das kommt dir nicht klar. Und das kann auch nicht passen, was du da gemacht hast. Oh je. Jetzt ist alles hin. Alles hin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, der Einer muss auch da rein, Tobias. Das passt da hin und vorne nicht. Der Einer muss da rein, ja. Ja, so. Oh. Und nicht der Hülle. Ja. Oh, the king's noch kaputt. Ganz sicher. Das stimmt. Das stimmt. aber auch nicht. Das ist Verkehr. Wieso? Das ist doch richtig. Nee. Weil die Kanone ist oben. Richtig? Und der Decke ist auch oben. Aber das passt doch alles nicht mehr jetzt. Jetzt passt nämlich gar nichts mehr. Was immer du gemacht hast, ist alles kaputt gegangen. Das kann dich nicht hinhauen. Wieso? Jawohl. Meinst du, das passt doch? Ich glaube nicht. Nein. So, und dann wird das ja so befestigt mit den Einen hier. Ja, und dann setzt die Seitenteile auf. Wenn es passt, ist ja gut. Ich kann das jetzt echt nicht mehr beurteilen. Oh nein. Ja, ich glaube, das war's. Das kriegst du doch nie wieder so hin. Doch. Nein. Was machst du denn jetzt da? Das machen wir gleich. Ja, was soll das denn heißen? Dann gib mir das her. Dann kümmere ich mich darum. Machen wir gleich. Der hat Nerven. Hab ich. Okay, eins machen wir. Ja, das machen wir. So. Ah, das kommt hier auf den schwarzen. So. Guck mal. Ja. Ja, das war mir klar, dass das da hinkommt. Aber das hilft uns hier nicht, war halt da. Klar. Ach so, da kommt das Ding auch noch zu. So, das ist neu geworden. Und. Sekunde, lass mich kurz überlegen, was hier passiert. Ne, das kann nicht sein. Ja. Das muss schon hochkant. Hochkant. Jetzt hast du den Meister dann hoch. Ach so, da war ich schon mal weiter. Oh fuck, ich hatte den noch gerade sitzen. Warum passt der denn jetzt nicht mehr? Muss der so, wenn das kann sein. Äh, nicht aufpassen, ne? Ja, so, es geht ruckzuck daneben, das stimmt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jetzt haben wir da ne Lücke. Ohne Lücke. Ja. Wo? Da. Die gehört da 100% nicht. Ne, richtig. Ja, richtig. Wie gesagt, machen wir gleich. Warum lassen Sie es erst mal, bevor wir neu sind? Ach so, warte mal kurz, warte mal kurz. Der kommt da hin, ah ja, ich glaube ich weiß noch, was falsch ist. Na ja, mach du mal. Ich hätte jetzt zurückgebracht. Ja, aber das nutzt uns ja alle nix. Hätten wir halt nochmal auseinander gebaut und wieder zusammen. So, wie wir es schon mal gemacht hatten. Weißt du noch? Ne. Vor, äh, weißt du nicht, vielen langen Jahren. Was? Da meint, dass wir noch jung waren. Ja, das begreife ich gerade trotzdem nicht, warum das hier nicht passt. Das ist ja auch ein bisschen. Was ist denn noch mal außen unter wochen? Das macht ja keinen Sinn hier irgendwie. Doch, macht sehr Sinn. Na ja, klar bitte. Jetzt lass mich doch mal. Tschüss. Und dann mit dir. Ich komme bald wieder. Eiei, ei, ei. So, wenn der jetzt da rein, dann bin ich ja zufrieden. Ich weiß nur, wenn. So, ist so. Na, ich glaube, ich habe es. Ja, das macht Sinn. Genau, der kommt gleich da drauf. Der kommt jetzt hier drauf. Sind die Kanonen wieder abgegangen, das ist nicht schlimm. Ich habe sowieso zu viel geschossen hier. So, das könnte richtig sein. Könnte. Ach, dieses Teil. Ach, come on. Einmal drin, alles hin. Ist das heute? Ja. Da muss ich gucken, welche in Richtung das hat. Das kommt nach oben, also so. So, ich hoffe, das passt jetzt alles. Ansonsten... Ansonsten was? Irgendwann haben wir jetzt keine großen Lücken mehr. Sieht aber auch richtig aus. Ja. Also, ich bin jetzt schon bei dem weg gewesen, jetzt wusste ich hier jetzt noch. Ja, dann mache ich das doch. Dann nimm mal den hier, dann kannst du den schon mal reinsetzen. Nein, kann ich nicht. Du willst es doch nicht. Kann ich nicht, nein. Trau mich nicht. Ja, das glaube ich dir sogar. Ja, der geht schon wieder drauf. Nach dem Motto, es könnte ja sein, dass es nicht passt. Das könnte durchaus passieren, ja. Ja, ich bin da mal optimistisch. Zwecksoptimismus, was ist das? Das ist mir egal. Hauptsache optimist. Was? Und ich sagte ja, die haben wir beide jetzt verbraucht, die einen. Was meinst du? Diese Leser, diese... Wo ich dachte, die verbrauchen wir schon noch. Mhm. Wir sind einen. So. Ähm. So. Mal hin. Hä? Hä? Ja, weiß ich, dass du das brauchst. Ich wollte ja nur schon mal anfangen. Der war übrigens schon richtig. Nee, der war nicht. Weil, da kommt noch so ein Klacher. Ja, ja, ja. So. Ja. Ja, ja, ja. Siehst du. Guckst du? Guckst du. Ja, so Kaya Erna. Ja. Hab ich damals auch immer geguckt. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ja, immer noch. Kann man den. Ja, total. War auch nicht so meins. Doch, meiner schon. Was guckst du? Hab ich immer geguckt. Da dran, bitte. Nicht da dran. Oh, lass das richtig sein. Da hab ich das jetzt... Oh nein. Nein. Och, nee. Das war's du. Hätte ich's mal gelassen. Das war's du. Kannst du halt dann austauschen. Jo. Ach so. Dann ist das ja nicht schlimm, wenn das nicht so ordentlich ist hier. Ja. Es sei denn, du willst die Antenne dran haben, dann mach ich das natürlich sehr ordentlich. So. Aber wie kommen das hier dran? Auch einfach drauf. Das wird nur drauf gesetzt. Gott sei Dank wird das nur drauf gesetzt. Ich hab erwartet, das ist... Aber wie auch? Geht ja nicht. Kannst du nicht festmachen. Jo, mit nem Pin irgendwie. Das wär... Aber warum... Wir haben doch noch was. Ist noch nicht fertig. Klar sind wir fertig, hallo? Ja, stimmt. Kommt doch noch. Und hier ist dein Boot. Das ist der Boden. Vor allem werden wir hier noch so komische Stäbe. Ja, das stimmt. Die hab ich auch schon gewundert, wo die bleiben. Sechs Stück hatten wir davon, ne? Hm, irgendwie sowas. Ich hieß hier aber nur drei. Jetzt haben wir aber welche verbaut, ne? Ja, stimmt. Wir hatten mich ja für die Rückseite verbaut. Stimmt. Machst recht. Das ist auch so ne Antenne. Das ist auch ne Antenne, ja. Okay. Ja, also es gab ja zwei verschiedene im Laufe der sechs Jahre. Deswegen sind auch beide da mit drin. Finde ich auch gut. Ne? Ganz zwei verschiedene Antennen? Ja. Ja. Ja, als sie den Todesstern zerstören, die Geschichte kenn ich. Ach. Das ist ja schon mal was. Dann fliegen sie ja durch so einen schmalen Durchgang. Also nicht Han Solo selber, sondern der... Ah, wie hieß er? Der andere. Der andere. Genau. Der hat dann den Falken geflogen und dann hat er die Schüsse abgestoßen. Ja. Dann hast du ja noch eine. So. Blätter mal um bitte. Blätter mal um bitte. Ja. Siehst, da kommt doch noch was. Kann man austauschen, muss er retten. Ja. Der ganze Zeugs. Grandios. Was denn? Diese kleinen scheiß Föseldinger. Das sind keine Fögel. Das ist was anderes. Fussel. Fusseldinger, ja. Fussel hab ich gesagt. Fussel. Du kannst ja besondere bauen. Ist das was anderes? Das ist ein Spiegelverkehr. Fussel. Uiuiuiui. Dann guck ich auch nur unten, sonst komm ich da schön an. Warum da hin? Ne, das ist doch das Falsche. Das ist auch das Falsche Teil. Mach das wirklich. Ja, mach Lachen vor Können, ja. So, und das kommt jetzt... Da. Vorne noch dran. Halt die Blinker oder so. Ja. Ja. Ja, was auch immer im Blinker. Nicht. Ach, da kommt noch so das hin und dran. Das hab ich nicht gesehen. Ich muss schon sagen, warum ist das so... So. Köttisch. Noch nicht. Och Gott. Ich nehm aber die Falschensteine mit. Wo ist er denn? Welcher? Ja. Ja, da ist er. Und wo soll der jetzt dran? Einmal umdrehen, genau. Und gehen runter. Genau. Da. Nochmal Blinker. Konservativer Buchesblinker. Okay. Okay. Ähm. Wo ist das denn? Schau, was war hier? Das macht nix. Das muss. Ich hab's ja gesehen. Und wir sind noch nicht fertig. Siehst du? Wolltest du doch die großen Teile, die kannst du noch nicht mal verliegen lassen. Das Beste kommt zum Schluss. Und die Platte. Ich kann ja schon mal kleben. Ja, bitte. Kleben ist dein Job. Die letzte Klebung. Die letzte Klebung, genau. Mach das vernünftig. Ja. Ich weiß es. Da ist das Aushängeschild quasi. Hast du die gebraucht? Ja, für die Flügel, ne? Aber das hier? Warum ist das denn gleich? Das weiß ich grad nicht. Ich nehm's doch mal so hin. Nein, nehm ich nicht hin. Dann müssen wir gleich gucken. Versuch's schon mal. Jetzt hab ich's falsch gemacht. Kann sein, dass ich das vergessen hab, hab ich auch. Tam tam tam. Weißt du, mir vorwerben? So. Offiziell. Moment. Nix. Nix offiziell. Doch, das Schild hol ich jetzt ran. Da, 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 da. Da könnt ihr noch mal sehen, was drauf steht. Ich weiß es selber nicht. Wir nennen die Umfallkön. Größe, Gewicht und blubb. Zweitpiloten. Und so weiter und so fort. Tschüsschen. Ich weiß nicht, warum dann so viele... Ich wüsste auch nicht, wo sie hin sollen. Ich weiß jetzt ehrlich sein sollen. weil da hätten wir ja irgendwelche haken oder so sein müssen da sind wir die gebraucht zum beispiel vorne hast du die ja genau aber da sind überall ja und ich wüsste nicht wo es sonst hin sollte wir sehen uns dann gleich zum special wie immer ja das fällt aber kurz aus ein bisschen zeitdruck wenn er noch mal um also würde ich das ende war jetzt kommt noch mal so dass man auch da wie das da herunter trägst da steht es genau und dann nochmal alle teile jetzt hätten wir vorher checken müssen ja ja er weiß wie viele ecken und kanten wir noch verkehrt gemacht haben Tobias wird es berichten spätestens beim nächsten mal ich mach das in den kommentaren ja dafür das sein alles klar ja bis dahin machen wir gleich noch mal ein abschluss video wie immer bis dann bis dann ja dann herzlich willkommen zum kleinen spezial ihr seht den richtig geilen millennium falken noch wo der wohn ab ist aber den machen wir gleich noch also ihr habt die figuren von den ätherern und von den neuen filmen da mit bei ihr habt zwei verschiedene satellitenschüsseln da mit bei zum austauschen ein schild wo alle technischen details drin sind ja und ich finde richtig schön das kann ja immer näher rankommen ja ja bin ich schon dabei hat ja schon ein bisschen was also es macht richtig viel her das ist halt richtig richtig viel in diesem sinne in diesem sinne bis zum nächsten tschau tschau